So, okay, zack, und schon sind wir wieder zurück im Ladebildschirm der nächsten Mission. Und, ja, wie viel kommt jetzt noch? Ich glaube, so viel war es nicht, ne? Wie viel waren es? 20 Missionen? Dann sind wir fast am Ende! Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Uh! Okay, okay, okay. So, jetzt habe ich vielleicht doch mal die Möglichkeit, diese... Nein? Das auszuprobieren, das hat ja eben nicht so gut funktioniert. Okay, gut, komm. Wir gucken gleich mal. Ja, ich muss mich da mal ein bisschen auseinandersetzen. Nach dieser Katzi. Okidoki! Wo müssen wir hin? Oh nein! Was? 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 Oh, wer? Hä? Was? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh! Oh! Hey, Leute, wo sind Sie? Wo sind Sie? Ich dachte, Sie zurück nach Vergil. Hm, Sie können Sie sagen, Sie haben es geschafft. Oh, der wunderschön, Dante. Wir sind nur die Gedanken von Vergil. Aber wie ist die Wahrheit? Ich weiß, dass etwas nicht anders ist. Wie mit meinem alten Bruder. Wir sind nur die Gedanken von Nilo Angelo. Wir sind nicht mehr in seine Bewusstsein. Wir sind hier jetzt, um dich zu töten, von uns zu freiwillig. Wir sind hier, um dich zu töten. Nein. Oh nein, jetzt muss ich dich auch noch bekämpfen. Oh nein. Okay, komm her. Ach so, ich wollte doch gerne die... Nein! Oh nein, was habe ich gemacht? Das mal ausprobieren. So, zack, 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 zack. Komm her! Hallo! Vorge! Vorge! Aua! 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 Komm her! Hasse bitte! Mal! Hallo! Also, ich weiß es. Das Ding fällt mir irgendwie nicht so. Okay. Ja, ja. Ist klar, Feigling. Hau ab! Ja, also, die sind nun Chakos. Die sind irgendwie nicht so meins. Oh, wer bist denn du? Hallo! Kannst du mal wieder auf die Erde kommen? Hallo! 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 Okay, okay! Das sammeln wir alles ein. Das können wir nur brauchen. Ach, da ist ja noch einer. Hallo! Hallo! Ach, da sind ja noch mehrere. Warte! Dann nehme ich doch... Warte, warte, den! Oh, nee, oh! Oh, nee, oh! Weil du nicht geil bist! So. Guck mal, wie nice das funktioniert. Habe ich hier alles eingesammelt? Okay, cool! Dann schauen wir mal. Dann gibt's noch mehr. Nein? Oh, wie geht das wieder so? Oh, wie geht das wieder so? Gibt's dahinter noch irgendwas Schönes? Wäre auch zu schön gewesen. Okay, ja. Wie geht's? Oh-oh, warte. 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 Wie soll ich sagen, ich nehme das einfach mal. Ich muss auch nicht sagen, ich nehme das einfach mal. Dada-da-ding, boing. 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 Ah, das sieht, ne? Kampf aus. Okay. Warte, warte. Ich komme auf die Aachen. Oh, hallo. Mann, komm her. Komm her. Kannst du, bitte. Äh, was ist denn, ne? Komm, wir laden mal ein bisschen auf. Tschüss. Warte, ich brauche ein bisschen Zeit. Moment, hallo. Okay, vielleicht machen wir mal hier so. Könntet ihr bitte weniger anstrengend sein und weniger... Weißt du, ne? Ich... Kannst du aufhören, dich hier weg zu teleportieren, du Arschloch. Entschuldigung. Ich brauche es ja wohl. Aua. Aua. Ach, weißt du. Also... Was ist denn los mit dir, Junge? Äh. Also, der ist ein bisschen... Anstrengend. Hallo. Ich... Ich komme gar nicht an den Rang, äh. Au. Nen, 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 nen. Was? Hä? Ach, er rinnt weg. Oh. Okay. Aber natürlich. Jetzt... Wollte ich gerade sagen, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich laufen muss, aber ich nehme an, ich muss in die Richtung drauf, wo die Feinde sind. Klingt logisch, oder? Hallo. Ähm... Was ist da? Ah, ja. Ah! Hey, du. Hallo. Und, wups. Da hier. Uh. Ups. Hallo. 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 Bleibst du bitte hier? Hallo. Hallo. Danke. Was ist das? Ach, ein Fragment einer blauen Kugel. Oh, hey. Guck mal. Ich hatte über alle voll. You're nice. Noch mehr Energie. Das gefällt mir. Oh, da ist ja noch ganz viel Rotes, was ich einsamern kann. Hallo. Rote Kugeln. Kommt zu mir. So. Dann. Wollen wir das da mal kaputt? Das sieht so aus, als müsste man was kaputt haben. Ja. Das sieht so aus. Ah, guck mal. Schon geht's weiter. Wunderbar. Das wird schon, das wird schon. Oh, hi. Hallo. Komm, hier. Oh. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Okay. Wuh. Warte. 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 Warte, da muss ich was durchschlagenderes. Nein. Guck mal, wie gut das funktioniert. Hallo. Äh, ich bin... Warte. Warte. Komm, wir kriegen das Schild schon noch kaputt, doch. Warte. Warte. Guck mal. Tada. Tada. Das war doch nice. Ich möchte das bitte lernen, mit diesem Ding umzugehen. Okay. Eigentlich ist das voll cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das kann nicht so viel. Und ich habe das Gefühl, hier muss ich nicht hin. Oh. Hallo. Hallo. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo muss ich denn hin? Da hoch? Hm. Das sieht gut. Ah, okay. Das heißt, ich habe noch mal. Äh, hallo. Nice. Wie er da steht. Ah, das sieht nach Kampfe aus. Warte. Warte. Welche nehme ich denn dafür? Ich glaube, ich habe ein Blatt dabei. Oh, warte. Das lade ich vorher auf. Können wir vielleicht gebrauchen. Hallo. Ah, du schon wieder. Du schon wieder. Komm her, du Arsch. Komm her. Aua. Au. Au. Kannst du bitte mich? Au. Aua. Au. Au. Aua. Aua. Fuck you, Bitches! Alter, komm! Zwei gegen einen, das ist ein bisschen unfair, oder? Okay, komm, wir machen jetzt ein kurze kurze Spam, Baby! Auaua! Weiße, ne? Weiße, ne? Warte, jetzt möchte ich das bitte wieder und das möchte ich bitte einsammeln. Ist sonst noch was? Nein? Nein? Hm, okay, cool. Dann, das geht's. Ab dafür! Nice! Immer um, wie geht's? Klatsch! Muss ich irgendwas anpassen? Ich glaube nicht, ne? Wir schaffen auch so. Oh Gott! Auf Feier! Das sieht vielversprechend aus! Hi! Wie geht's denn so? Oh Gott! Oh Gott! Ah, Tüüüü, gehst du raus und weg hier! illumin zus! Ah, na 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 na! Na 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 na! Na na, na 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 na! Ahh, oh tested. Auaaa Ok, weiter geht Vance Warte, 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 geh weg. Au, 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 au. Kannst du ihn treffen? Geht das? Das wäre super. Oh, was war das? Ist der noch da? Da. Ach, der Dicke, okay. Das tun wir auch noch da. Oh, jetzt hat er die wiederholt. Was? Das ist ein bisschen... Oh Gott, was passiert denn hier? Oh Gott, ich hab, ich hab, ich hab! Warte, komm, wir machen jetzt hier Aufladung. Kling rein, kling rein, kling rein. Komm, das sieht doch gut aus. Nein, wo bist du hin? Junge, wo bist du hin? Oh nein, eine gute Dämpel-Trigger-Energie, kommt schon. Oh, weißt du, warum teleportiert der sich denn überall hin, Junge? Ah, was ist denn los, warum rasten die denn jetzt so aus? Komm schon, ernsthaft? Ah, das ist der Kampf jetzt. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, ehrlich, scheiß Flucherei, tut mir leid. Als ihr mit mir gekämpft habt, war das viel schöner. Vergil's Nightmare. Gott, schade, Dante. Du brauchst es. Rest in peace, little chicken. Es war ein Bache. Finde ich super. Ach, das tut mir jetzt ein bisschen neid. Ich mag den Vogel. Ich fand seine Sprüche ganz cool. Naja. Alles ist vergänglich, nicht wahr? Ja. Weiter geht's, ne? Was? Nero? Oh, super. Block und schick. Where's Dante? He's got this. We gotta go now. So this guy Virgil… know him? Vaguely, yes. Dante said that guy's my father. was going on Trish his logic is sound I had a hunch myself this doesn't make any sense I know you hate Virgil but you can't kill your own father it's true you'd never recover from that you saved us you should be proud now you can put all this behind fine I'll go by myself nice Nice! Oh Gott! Oh Gott! Ein B-Rang! Was ist denn da los? Okay, machen wir das schnell weiter, damit man das bloß nicht sieht. Und dann geht's mit großen Schritten Richtung Mission 19. Das Ende naht! Oh, du Scheiß! Es gibt keine Katze! Was ist denn da los? Okay, cool! Dann kurzer Break! Wir sehen uns gleich wieder! Bis dahin!